und davon sind so gut schlachten die würde ich jetzt am besten auch ganz schnell was soll ich noch alles machen möchte noch geben ich schenken nur gerne einsaugen aber ich kann das das Papa noch nicht beigebracht natürlich da muss ich auch an und kann so umdrehen damit die umzustehen bleiben und ich dir ein damit ich nicht einsaugen kann das kann ich genau gut ist ganz in der anderen ich weiß nicht das reicht bestimmt die anderen kannst du es wissen zu tun gut es müsste klappen mir kann ich nur und vor Kaserne wünschen mir Glück das für guten Schlafschiff da hinten gefällt mir immer noch nicht das müsstest du immer noch irgendwie weg machen weil er schießt ja er kommt nicht her ja dann ist klar dass er nicht herkommt den musst du ja kaputt machen ich habe keinen Bock dass man ein Tesla-Schwule kaputt geht weil ich hab da viel Geld rausgegeben ich habe keinen Bock dass man ein Tesla-Schwule kaputt geht weil ich hab da viel Geld rausgegeben und so umdrehen perfekt ja toll meine Tesla-Schwule geht bestimmt jetzt gar nicht kaputt ja genau, wir haben einen Krygokopter aber den schrumpfen ihn gleich ach ne was will ich tun ach ne was will ich tun mach ihn ja schnell 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 also nicht also nicht schießen er hat geschossen bis jetzt lebt noch wenn sie das schrumpfen ah danke jetzt frieren wir mit einem ein oder warte lass ihn mir herankommen gut reicht ein Träger 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 ein ach danke danke das war richtig knapp ey aber gut gut jetzt kann ich ein paar Feldingenieure bauen und dann kann ich hier Dinger einnehmen und dann nehme ich Dinger ein und dann bin ich glücklich den kann ich natürlich nicht machen du nimmst Dinger ein? ja klingt ein bisschen ich kann ich kann ich kann ich kann nicht den ersten Turm einnehmen ich hoffe der wird nicht abgeschossen nein oder nicht nein oder nicht nein so gut mit der anderen nehme ich was nehme ich denn mit Hä? warum bau ich so viele Fett in Genova gut der eine weiß eine Natascha bau ich auch noch eine Natascha muss sein eine Natascha muss sein gut so könnte ich sonst irgendwas hier noch machen nö seht nicht so aus deine Insel da unten ich weiß nicht warum hast du den Prospektor den verloren? jo woh wann das sieht's mir grad nicht ausgefahren oh Mann okay mit der Insel kann ich eigentlich nicht viel anfangen du wirst da um bessere Möglichkeiten werden ja aber für mich hat doch die sich mehr die meinten Möcke da schon vor uns reicht und Natascha befüllt schon betriebsbereit alle Natascha noch kaputt noch kaputt und nicht so nah und bitte nicht so nach natürlich die Sündung blöde Kuh äh klar gerade produzierten schon tot gut in den hast du nicht doch was nicht anders gewollt ist das es kommt Dingsbums Tsunami-Panzer auch sehr nett wo Besuch freuen wir uns doch immer ach jetzt keine Energie mehr oder was Fick dich man das Spiel mobbt mich heute so hart da unten sieht sie nicht gerade so fröhlich aus mit deinen Zerstörern Störern nun solltest die Kru Kopter irgendwie mal so ein bisschen verteilen weil ich meine 121 es ist irgendwie genau oder sowas genau sowas ist auch nicht schlecht und so wir auch haben wir auch haben wir haben wir haben wir haben ach verdammt da habe ich noch ja egal es hat mir geholfen gut ja ähm gut das sollte reichen und fünf Jahr sieht eigentlich jetzt noch einen Moment gut aus mal gucken wie lange und ja schlicht den ab erst mal vorherdichter ein Kind blöde Kuh reicht die Entfernung? ich weiß nicht ich hoffe ich hoffe so in der Tasche hat irgendwie Probleme mit dem Anvision irgendwie ein Bugs und und keine Ahnung dies böse jetzt sind es wieder die Bugs ne? ja natürlich weißt du so mein Gott gut oh es kommen die da hinten nochmal ah das würde ich am besten nicht hin wollen weil ich nehme an da wirst du eigentlich sehr gut ankaufen gut da ich erstmal noch derzeit Kohle habe nutze ich das auch ein bisschen das Feature ich hoffe du auch ne ich hab keine Kohle kein Money no money no? no money for me oh set is bad very bad ah komm die Entfernung müsste reichen du bist nicht du bist nicht blöd oder? ach fick dich doch fick dich nein nimm mal was anderes ach jetzt weiß ich warum ich hier noch einen Ingenieur gebaut habe das würde ich haben komm bitte nicht so nah bitte nicht so nah bitte nicht so nah bitte nicht so nah ja komm geh noch näher hin du blöde Kuh mal diese Geld oh dass sie da auch noch rein rennt ey ich 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 könnte die tot klatschen ist diese bescheuert oder tut die echt nur so die tut nur so mhm die ist blond blöd ey aber echt jetzt aber ich hab Geld also ich hab keine Probleme Maul ich hab 12.000 Null ach sollte ein bisschen abgeben ja möchten sie bei mir einen Kredit aufnehmen kein Kredit nur Geld nur Geld ok äh mit einem Zinsessatz von Dienstbomster ja wird schon Freundschaftsrabatt weil ich heute die es nicht gibt ja auf jeden Fall ich kann unsere ähm Verteidigung da unten ein bisschen ausbringen weil ich meine ich hab die Kohle ich weiß ich rabe dich äh ich rabe dir das nur unter die Nase ja aber ich sag mal so am Anfang hattest du das Geld und jetzt hab ich das Geld der mohaha ok da au 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 der und der spielt Call of Duty 3 weißt du wie mich das freut du nicht bei dir wird das angezeigt ne mhm bei mir auch nicht weil ich ja das nicht überstehen habe ähm warum kann ich eigentlich sowas ich hab doch eine ah oh jetzt haben wir schon wieder tot das wird nie was soll ich dir helfen du kannst hier mal verdammte schwule huerte missgeburten Luftverteidigung machen Luftverteidigung kann ich machen ich hab gerade schon ne Dings gebaut äh sowas wie ein ähm Flugfeld und ich tu jetzt ein paar Mick Jäger bauen so vier müssten ja reichen erstmal ich werde nicht übertreiben mit mein Geld ich weiß nicht scheiße ist hier auch noch schönes anzugreifbar auch ich würde sagen die Mission ist heute doch ein bisschen äh die ist ein bisschen nervig ja nicht nervig aber anspruchsvoller denn gut aber du krepierst mir jetzt nicht wieder ähm ähm mhm mhm ja will ich das troller doll will ich nicht jup ich hab schon ein zwei Mix fertig die kommen schon zu dir die wollen dir helfen wir wollen dir nur helfen äh gut ist hier irgendwas mit Luft nö anscheinend nicht hier kann ich ein bisschen rumgucken da ist eine Geldkiste auf der Insel ja ich wäre so schnell wie möglich auf die Insel kommen aber das wird so nix ah ja gut das ist klar also ich hab dann bei mir weniger Probleme bei mir wird zwar immer Natascha gekillt aber das ist anders Sache also hier hinten ist jetzt gerade keiner ich würde aber sagen du tust mal ein bisschen erstmal auf die Insel alleine expandieren wenn die alle tot sind gerne gut ich möchte gerne Könige Uni wieder einsaugen vorhin standen da zwei ich wollte beide einsaugen aber ich hatte kein Dingssaug Dingsbums da na wo machst du halt anscheinend gar nicht ne ne natürlich nicht hast du es nicht nötig ich hab aber grad Strom nötig was du nötig hast interessiert doch keine Sau nein Quatsch ah man verdammt ey dass die jedes mal den Strahlen kurz hat und dann wieder äh abbricht der Strahl verstehe ich nicht na weißt du das ist voll vor verwirrend und ich steig doch nie in Rang auf oder so ja wotten du rennst wieder rein wotten du rennst wieder rein wotten du rennst wieder rein wenn der erste anfängt zu schießen ich renne gleich wieder ey weg 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 mit dir denn halt nicht fick dich doch ich hab dich nicht nötig ach weißt du was ich hab da was zu abwerfen he he ähm ich wollte noch nicht so zur Insel rein rennen hin rennen will ich ja nicht will nur hier ein bisschen aufräumen ja kannst du machen du hast keinen Strom fällt mir auf ja ich hab aber schon Nachschub gebaut bleib da stehen bleib da stehen bleib einfach da stehen danke König Oni schön dass der stehen geblieben ist gut ich frag mich warum ich eigentlich hier die Insel aufräume her weil ich meine hier drauf bauen strategisch hat die nicht viel Sinn bei mir für mich ja was hab ich hier schon äh was hab ich hier schon groß zu bauen aber gut ich hab Tanja und und Scho äh nicht Tanja Natascha Mann ich verwechsel die beiden das ist wenn wenn Alliierte und Sowjet zusammenarbeiten das passt einfach nicht das geht nicht das das darf nicht sein gut wenn du Luftverteidigung brauchst du sag Bescheid ne Bündel ich tu die mal gruppieren wow ich hab insgesamt zwei ne 5 Einheiten auf dem Feld 4 Mick Jäger und eine Natasche ich bin richtig gut ich könnte eigentlich mehr machen aber nö ähm auf der 2 ist nüt du könntest mal deine Sachen hier reparieren welche auf der See 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 der Sessel ach da wurde ein bisschen angekratzt wow zu sein siehst du was angekratzt wurde mh ja wow na gut ich hab 11.000 wie fährst du Null du solltest nicht so bei Null hängen wollte ich sagen eigentlich so ein bisschen äh eine Marine werft es billiger deswegen bräuchts sowas nochmal ja guck mal so ein Sputnik den kann ich mit dem Sputnik hier und ach kann ich nicht hin ok vergessen 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 wir tun den Bau abbrechen 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 komm jetzt hab ich alles abgebrochen ist bloß nur noch der Ding nein weh 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 du scheiß Tsunami-Panz ich kill dich ah 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 ich seh das nicht ein 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 denk erst gar nicht dran den zu killen mach die Kartoffelbrei Nein ok der geht drauf der geht drauf der geht drauf der geht drauf derIVA � ist zu spät ne doch nicht danke einfach nur danke mal jeder soll ich dir irgendwie helfen brauchste irgendwie Hilfe das Monthly Recher retour tut gged giva sorry es gibt hier keine transaktionen Funktion Oh, Fremdwörter heute. Heute, nur bei mir, Fremdwörter. Cool, Quatsch. Ja, ich kann ja mal ein bisschen vorgucken, was so abgeht. Kannst du warten, ich stehe mir jetzt endlich mal die Insel ein. Dass ich auch Einheiten bauen kann und die Kiste nehmen kann und die, 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 die mehr Geld kriege und und noch mehr Geld kriege und da rechts oben noch mehr Geld, lol. Jupp, ne, dachte ich mir grad auch. Ich nehm an, ich bleib ja einfach stehen, weil ich meine, da hab ich ein bisschen im Feld, dann seh ich, wann die Ersten losdackeln und 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 abdackeln und und keine Ahnung, was für Worte ich da benutzen könnte. Nehme ich Natascha und Natascha Chardin und Natascha ist ein Schaden und ich geh mit Natascha hin. Ja, die Insel gehört eigentlich jetzt dir, also ich frag mich, also wenn du jetzt die nicht einnimmst, denn, denn weiss ich nicht. Den weiss ich auch nicht, was los ist. Den kann ich dir nicht helfen. Den muss ich mir jemanden anders aussuchen. Okay, jetzt tue ich nochmal kurz einen Schluck trinken.